Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein BodyVetal Trainer. In diesem Video zeige ich dir die fünf häufigsten Fehler beim Planken. Solltest du den Plank allerdings zu leicht finden, dann zeige ich dir drei anstrengende Übungsvarianten. Und möchtest du kein Video mehr von mir verpassen, dann abonniere bitte meinen Kanal. Und vergiss nicht die Glocke zu drücken und einen Daumen hoch, solltest du dir das Video gefallen haben. Los geht's, nach dem Intro. Also, die meisten Fehler, die begangen werden bei Brems, sind erstens den Po durchhängen lassen. Das geht auf die Lendenwirbelsäule. Po sollte oben sein. Spannung im Bauch und in der Lendenwirbelsäule. Zweites Problem, Durchsacken des Oberkörpers. Zu wenig Spannung im Schulterbereich, Probleme zwischen den Schultern und den Brustwirbelsäulenbereich. Also Hochtrücken. und Halten. Dritter Fehler, keine neutrale Kopfhaltung. Auch wenn du schaust rauf oder du schaust runter, Probleme in der Halswirbelsäule. Also schön den Kopf mit der Lendenwirbelsäule. Und Halten. Nächster Fehler, dass der Po zu weit oben ist. Symptome gibt es keine, aber Effekt hat es auch keinen. Fünfter Fehler, Luft anhalten dabei. Es verringert die Kraft, dass du schön atmen dabei. Ein und ausatmen. Fünfter Fehler, Luft anhalten dabei. 30 Sekunden da. Ferse vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Aufpassen. 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 Zweite Übung. Bein hoch. Aufpassen. Jetzt knie vor. Immer wieder. Immer wieder abstellen. Arten nicht vergessen. Aufpassen. 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 Sollte dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht Daumen hoch und den Kanal zu abonnieren, sodass du kein Video mehr von mir verpasst. Aufpassen. 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 Aufpassen.